Der Rapper Farid Bang hat eine seltsame Art, sich neue Freunde zu machen. Bekannt wurde er durch provokante Aktionen und Songs. Seine Gegner disst er genauso, wie's in der Rap-Welt üblich ist. Doch anscheinend reichen ihm seine Rap-Kollegen, zum Beispiel Bushido oder Capital, nicht mehr aus. Er sucht sich neue Gegner, verteilt jetzt zum Beispiel auch Ansagen gegen Influencer. Auch Oliver Pocher und der Wendler müssen dran glauben. Doch kaum ist sein Song online, freundet er sich auch noch mit den beiden an. Und das, obwohl er sie im Song negativ erwähnt. Die Promis sehen das gelassen und finden ihn trotzdem sympathisch. Der Wendler schreibt hier zum Beispiel folgendes über ihn. Noch mal eine Sache ganz wichtig. Viele feiern ja diese Wendler-Line, ich find die auch lustig. Aber Michael Wendler, ich bin ein Fan, ist jetzt zu weit hergeholt, aber du bist mir sehr sympathisch und ich feier deinen Song. Wie findet ihr das, was Farid Bang macht? Und gefallen euch seine Songs? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen! Bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Video.